Ich hatte echt keine Lust mehr zu üben, aber jetzt schon. Ich freue mich drauf, endlich wieder in Kaline zu spielen, sondern mit einer großen Gruppe und dass wir dann alle einen Klang bilden, dass das jetzt endlich wieder losgehen kann. Ich bin froh, endlich wieder mit meinem Lebenspolitisch zusammen spielen zu können. Das Orchester spielen wirklich sehr vermisst, nicht nur weil ich all die Menschen sehr vermisst habe, sondern auch einfach mit allen zusammen Musik zu machen. Was ich richtig schön fand, war, dass wir so gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet haben, um eine Stelle richtig ausarbeiten zu können. Also eigentlich gar nicht so sehr gewusst, wie sehr ich das Orchester vermisst habe, bis zu dem Punkt, als ich wirklich mit allen zusammen wieder da saß und gespielt habe und wie Musik um mich gehört habe. Das war einfach ein sehr schöner Moment und deswegen habe ich es wirklich einfach sehr vermisst. ein bisschen, aber wie sehr veux. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.